Ihr werdet nie erraten, was Tico gefunden hat. I found it! I found it! The Magic Nut! Die magische Nuss! The Magic Nut! Wenn du sie in der Hand hältst und dir etwas Leckeres wünscht, verwandelt sie sich in dein Lieblingsessen. Oh! Ich weiß, was ich mir wünschen würde. Empanadas! Ich würde mir die größte Banane der Welt wünschen! Donut! Pizza! Einen Avocadetoast mit zwei Tropfen Zitronensaft und einer Prise Vulkansalz. Bin eben eine Feinschmeckerin. Was ist euer Lieblingsessen? Das könnt ihr euch wünschen. Oh, aber es gibt nur eine Nuss! Im Moment gibt es nur eine. Aber wenn wir sie einpflanzen, wird es genug Nüsse für alle geben. Yes, yes, yes! Let's plant it! Yeah! Oh, oh! Das klang wie Swiper! Swiper nicht! Zu spät! Ich hab sie schon! Ihr werdet die Nuss jetzt nie wiederfinden! Oh, no! Mein Nuss! Oh, don't worry, Tico! Wir müssen die Nuss finden, damit wir sie einpflanzen können. Und dann gibt es Nüsse für alle! Look! Okay! Eine Höhle! Oh! Diese Höhle ist dunkel, Boots! Äh, ich bin hier drüben, Benni! Du redest mit einem Steinhaufen! Upsi! Bei Steinhaufen! Hoppla, hopp! Da! Der Ausgang! Warte, Boots! Die Seile könnten Teil einer verzwickten Falle sein. Wow! Es muss einen Knopf geben, den wir drücken können, damit die Seile alle verschwinden. Also, ich glaube nicht, dass es irgendeinen magischen Knopf gibt, der... Oh! Da ist einer! Jemand muss da durchkommen, ohne die Seile zu berühren. Es muss jemand sein, der klein und mutig ist. Small and brave! That's me! Boah, er ist sehr wendig! Wow! Ich könnte das nicht! Seht, wie er da durchflitzt! Tico! Oh yeah! Ja, cool! Let's go to the magic nut! Auf zum magischen Los! Sieht so aus, als müssten wir durch dieses verzweckte Labyrinth. Das wird ewig dauern! Wie sollen wir da nur hindurchkommen? Dort hindurch? Kein Problem! Wow! So kann man das natürlich auch machen! Toll gemacht, Benni! Das war unglaublich! Renat! Renat! Die Nuss! Toll! Aber sie liegt auf der Nase eines Krokodils! Nicht toll! All together! Lass uns zusammenarbeiten, um an die Nuss zu kommen! Er hat sie! Oh oh! Tico kann den Weg nicht sehen! Und das Krokodil will unbedingt die Nuss zurück! Jetzt brauchen wir eure Hilfe! Tico muss über das Krokodil springen! Ruft ihm zu! Jump! Jump! Es hat geklappt! Nochmal! Jump! Nochmal! Jump! Bravo, Tico! Cool! I escaped! Thank you! Magic Nut! Es funktioniert! Es funktioniert! Sagt Magic Nut! Magic Nut! Magic Nut! Magic Nut! Nuts for everyone! Nüsse for alle! Wünscht euch alle euer Lieblingsessen! Empanada! Pizza! Donut! Riesenbanane! Avocado Toast! Und jetzt wünscht ihr euch euer Lieblingsessen! Ooooooooh! Köstlich!